Hallo, willkommen zurück bei Far Cry mit einem... Wo war's denn? Hier war doch gerade noch... Da ist ein Äffchen, was kein Äffchen ist. Wir sollen uns jetzt mit den... Ich hör schon wieder die Hunde. Die Wölfe. Warte auch immer. So. Wir sollen uns jetzt ja mit den Rebellen treffen. In Uga... Uga... Hi Jungs. Oh, wir haben keine Granat mehr. Ähm, ja, das ist natürlich... Man merkt, die haben schon lange keinen Shop mehr besucht. Ach komm. Ich seh dich nicht mal, aber... Der sieht mich nicht mal. Huch. Na. Oh, ist jetzt so... Hä? Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Das reicht mir. Mann. Ist doch nicht wahr. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Wie die Hinszeit schneit, ist so zu herrlich. Aber der bleibt nicht liegen, der Schnee. Moment. Hier war doch irgendwo... Da. Alter. Beutetasche fast voll, das ist toll. Ja, ich weiß, ich brauche so ein Shop-Ding. Hier runter müssen wir. Da drin müssen... Ach, da müssen wir rein. Was laufe ich denn hier für einen Umweg? Na, Mensch. Annika. Gut, Karsch. Gehen wir mal den regulären Weg, würde ich mal sagen. Nehme ich den hier. Gut, Karsch. Hi. Okay. Okay, hier leben wohl alle friedlich miteinander. Hä, 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 hä. Hm. Die liegen da oben. Hier ist... Hier sind... Oh Gott, wie viele Poster sind hier denn? So, einmal... Liegt eine Kiste. Meine Beutetasche ist fast voll. Und wo ist hier noch ein Poster? Ja, ja, war auch nicht so schön da im Gefängnis, muss ich sagen. Und dann noch der Jedi. Ach, ich kann hier Sachen erzählen. Fräulein. Nächste Poster. Sind noch ein paar Poster, die war... Die putzt fein, den Boden. Okay, ich bin gespannt. Schon wieder Fähigkeiten? Was haben wir denn jetzt gemacht, dass wir auf jeden Fall wieder eine Fähigkeit bekommen? Oh Mann. Hallo? Ah. Du wirst bereits unten erwartet. Okay. Von wem denn? Danke. Wer erwartet uns hier denn? AJ, danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele ausge... Oh Gott, meine Familie. Ach du Heilühr. Ganz unauffällig. Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Passt zu eurem Haus. Der sucht uns. Das Salz der Erde. Man sagte mir, wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkash kennenlernen möchtest, dann geh und besuche die Hanas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die Freundlichsten. Sie reden mit jedermann. Mit jedermann? Fragte ich. Mit jedermann, sagten sie. Hm. Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenem Augen sehen musste. Hm. Niedlich. Wisst ihr, ich, äh... Wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Aber es ist mir nicht entgangen, dass... Es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben soll. Und ich bin besorgt, dass... Diese Menschen, diese... Terroristen... Nun... Sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Und auch in wunderbaren... Ruf ruinieren. Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Oh Gott. Und... Erlaubt ihr... Mir, euch zu beschützen. Euren guten Ruf... Zu bewahren. Bitte. Ja, König Min. Euer Wunsch ist mir Befehl. Oh Gott. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut. Ich will euch nicht länger aufhalten. Äh, das... Dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? Das... 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 Das wird schlecht hier. Das wird nicht gut. Oh nein. Er hat da Pagan, ey. Nein! Zu gefährlich! Ich hol mir Pagan. Ha! AJ? Seit wann haben wir eine Pistole im Inventar? Ist das... War das gerade Pagans ernst? Ich habe Pagan. Ich verfolge ihn gerade. Tun wir das? Ich bin zu sicher. Ziemlich sicher. Du kannst das, Bruder. Ich kann das? Ich will... Oh! Hi, Jungs. Wartet. Wir haben kaum noch Muni, ey. Das wird gar nichts. Pagan darf nicht zu weit von dir entfernt sein. Äh, hier. Gyrocopter. Gar kein Problem für Annika. Haben wir erst gelernt. Soll ich den töten? Ich will Pagan nicht töten. Also, der ist zwar richtig kacke, aber... Scheiße. Er hat sagt... Was? Ich soll Pagan töten? Ist das jetzt euer Ernst? Ich werde von irgendeinem Arsch in einem Gyrocopter verfolgt. Erledige ihn! Ich habe keine Scheiße. Leute, wir haben keine Muni mehr. Muni ist alle. Wir können Pagan nicht töten. Es tut mir wirklich leid. Pagan töten ist gerade unmöglich. Jetzt ehrlich? Ja, unsere Seitenwaffe ist alle. Wie sollen wir das jetzt lösen, die Situation? Das ist doch viel zu einfach. Man kann doch jetzt nicht einfach Pagan töten. Der kleine Faker verfolgt mich. Töte ihn! Der kleine Faker? Alter Pagan, jetzt klickst du aber los. Tun wir so, als ob du uns nicht haben willst. Ich habe keine Muni, Leute. Ich kann wirklich nichts machen. Und ich kann Pagan nicht anders verfolgen, als mit dem Gyrocopter. Wird das jetzt hier Katze und Mausjagd? Was wird das? Töte Paraminia wieder, Mitte. Die müssen doch hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise dran gedacht haben, dass man vielleicht gerade keine Munition in seiner Seitenwaffe hat. Alter Schwede, ey. Das gibt das nicht. Guck mal, wo die langfahren. Ich habe gerade das hier viel. Wie soll ich den denn sonst töten? Ich muss mich von irgendwo Muni holen. Ist die Mission nicht scheitert, wenn er sich versteckt? Alter, ich kriege gerade richtig die Krise hier. Einzel, was ich machen kann, ist das hier. Und aussteigen. Das drücken. Das wird nichts. Das wird nichts. Wir sind jetzt. Wir sind jetzt. Wir sind jetzt. Jetzt haben wir jetzt. Jetzt haben wir richtig. Hat der Granat mit? Was uns jetzt nicht mehr so viel bringt, weil? Oh Gott. Ne, wir haben immer noch keine. Ich verstehe gerade die ganze Sache hier nicht. Versteht wirklich nicht. Wir hätten ihn so, wir hätten ihn richtig gut getroffen. Wir hätten mal Granaten gehabt. Wusste ich das doch. Aber ne. Jetzt wird es nämlich mehr als lustig, Leute. Weil wir haben keine Munition mehr. Ja, ich weiß, wie man damit schießt. Wo muss ich denn hin? Da sind wir. What eff? Oh Gott, ja. Ich hätte Tagdown, Tagdown kann ich machen. Ich kann nur noch. Ach, du Heilige. Ich kann nur versuchen, hier in diesen Bereich zu kommen. Der hier nicht ist. Hm. Höh. Höh. Haben wir jetzt Pargan getötet? Warte. Warte. Ich bin gerade. Ich bin gerade richtig. Oh, das ist nicht der Richtige. Ich hab dich getötet. Nein, du hast einen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall. Oh, das ist nicht der Richtige, wo ich sie nicht bin. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiator, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Wat? Mein einziges Verbrechen war um die fantastischen Wangenknochen. Das Bild, glaubst du, ist auf den Geldscheinen. Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich und mich. Leute, ich bin gerade völlig raus. Ich bin sie gerade so richtig. Ich bin... Alter Schwede, das ist nicht Pargan gewesen. Ich war gerade etwas geschockt. Ich dachte mir, so einfach funktioniert das und niemand zu nehmen. Und wir haben keine Munition und gar nichts. Ich glaube, wir müssen unseren Newt-Eleafen-Schredder eintauschen. Gegen diese Scheißwaffe hier. Was? Was für eine krasse Scheiße war das denn bitte? Das ist nicht Pargan? Ich bin... Ich bin völlig... Ich bin hin und weg. Das war... Das hat er alles so eingefädelt. Hat unser Schreiter jetzt wieder Munition? Oh, ein bisschen. Na ja, hm. Ein paar litigierte Schüsse können wir damit machen. Ähm... Ich bin... Okay, okay. Ich bin gerade völlig hier. Vielleicht steckt er gerade, wir haben Pargan umgebracht. Was war da denn bitte? Wie? Was? Wie? Ähm... Der sah wirklich aus wie Pargan. Was macht der Mann? Ganz ehrlich. Was ist das für ein Mann? Wir machen jetzt... Können wir Schnellreise machen, wenn Gegner in der Nähe sind? Ich würde mich gerne erst mal wieder ausrüsten. Alter. Ja. Bitte. Was war das? Deswegen auch die... Ich muss ehrlich sagen... Oh, hier ist ein Schrank zum Ausrüsten. So während, dass wir uns ausrüsten. Während dieser ganzen Jagd gerade... Ja, mein Gott, was ist denn nun los hier? Ja, ich... Hm. Bist du denn hier ernst? Gut. Während dieser ganzen Jagd gerade, dachte ich mir die ganze Zeit... Der Typ hat ja die ganze Zeit, ähm... Uns beschimpft. Und da dachte ich mir, das klingt irgendwie... Klar, also es war halt ein paar ganze Stimme, ne? Aber an sich dachte ich mir eigentlich die ganze Zeit... So, jetzt hier Coopis. Schnell Verkauf. Einfach jetzt? Achso, so ist das gemeint. So ist der Schnellverkauf. Wir benutzen, äh... Verkaufensherrschung. Beutebreite bleibt... Ich hab aber... Herr Coopis, wenn du mir gerade zuguckst, kannst du mir sagen, ist der Momsnotiz auch weg, wenn... Ähm... Wenn ich... Gehört es zu Sachen... Ach nee, da steht behalten. Achso, ist das gemeint. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt meinen Beuterucksack hier... Wir wollten ja eigentlich nur noch... Ähm... Einfach nur Munition nachfüllen. Ich schlaf mal kurz einen Moment, dann brauche ich nämlich... Ähm... Dann brauchen wir nämlich keine Spritze zu nehmen. Ja, und dann dachte ich mir, wir werden es halt malen. Aber seit wann beschimpft uns Parkern denn? Was aber richtig scheiße? Warum hat er die... Warum... Warum hat er denn da schon wieder die ganzen Leute getötet? Was sollte denn das? Alter Park... Ey, ich bin gerade... Ich bin gerade hin und weg. Was war da denn? Da drinnen. Da hat er sie einfach getötet. Weil er ganz genau wusste, wo wir sind. Woher weiß er mal alles? Warum? Warum? Einfach nur warum. Jetzt müssen wir da oben hin, ne? Wir müssen... Wo ist denn die Longinus-Aufgabe? Da stand doch neue Longinus-Aufgabe. Wo ist denn Longinus? Seht ihr hier irgendwo ein L? Ich möchte ja nichts sagen, aber ich sehe kein L. Oder? Das L ist doch ganz blöd, weil das L ist genau in der gleichen Farbe wie die ganzen Fragezeichen und alles kann sein, dass ich das gerade übersehe. Ah, ich muss mich gerade mal ein bisschen erholen. Das war gerade... Ich dachte gerade wirklich, dass wir Parganum gebracht haben. Wie schäbig wäre das denn gewesen? Ey, einfach mal so Parganum bringen mit ihm Pfeil. Gar kein Problem. Bam, Headshot ist Knie. Also, ganz ehrlich. Wo ist denn? Ich finde hier keinen Longinus. Longinus? Da stand doch aber neue Longinus-Aufgabe. Wo soll die denn bitte sein? Das Propaganda-Zentrum. Wir müssen... Wir müssen da hin. Da müssen wir hin. Na, bevor wir da hinkommen, ist mal... Machen wir hier mal ein bisschen Propaganda kaputt. Äh, Propaganda. Außenposten natürlich. Ich finde die Longinus-Aufgabe nicht. Obwohl, warte mal. Wie können die auch eigentlich... Mal wieder eine... Wollen wir eine Yogi- und Regi-Aufgabe machen? Dann haben wir die hinter uns. Ähm, ähm, ähm. Ich finde wirklich gerade Longinus nicht. Es tut mir leid. Na, dann würde ich mal sagen. Machen wir erstmal eine Longinus. Äh, eine Longinus. Jetzt Wegfeld über Longinus hängen geblieben. Machen wir eine Yogi- und Regi-Aufgabe. Warte mal, wie viel Geld haben wir denn jetzt? Wie viel Geld haben wir? Okay. Wo ist denn hier der Ausgang von unserem Haus? Da? Oder hatte ich... Hatte ich... Hatte ich noch nicht komplett ausgebaut, oder? Was fehlt uns denn noch? Ein Schrein. Kaufen. Wo kommt der jetzt hin, der Schrein? Aha. Da liegt sogar Geld. Ist ja cool. Das müsste jetzt aber alt gewesen sein, ne? Mehr gibt's ja nicht. Nö. Alles da. Wir haben alles gekauft. Sehr gut. Huch. Das war jetzt komplett falsch. Äh, so. Da oben sind wieder Yogi und Regi. Und sie wollen uns wieder unter Drogen setzen. Wir wissen das ganz genau. Oh. Arme Schweinchen. Naja, mal gucken wir mal, was die Bienen von uns wollen. Okay, okay. Mach, mach. Mach. Alter. Was geklappt? Ich hab dich gerade wiederbelebt. Was meinst du denn? Boah. War so gut. Jetzt bist du an der Reihe. Was? Nein, 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 nein. AJ ist dran. Stimmt. Das ist er. Nee. Habi-Babi. Keine Sorge, AJ. Bei dem Zeug haben wir ein gutes Gefühl. Ja, wir nennen es Habi-Babi. Habi-Babi. Was nirgends so krass ist, wie da unten, wo es nass ist. Oh Gott. Das werde ich bestimmt bereuen. Ja. Und dieses Mal piekst ihr mich nicht wieder? Oh, fuck. Stimmt. Ja, fast wirklich. Oh Mann. Keine Angst, wir können Wiederbelebung. Ja, ich war im Sancho-Verband. Nehmen wir uns auf, wenn wir das Vyro-Durban-Greben hochgehen. Oh Mann. Die Beden, ey. Was bringt uns das eigentlich, dass wir immer Aufgaben für die machen? Das sind ja auch Hauptaufgaben. Oh nein. Oh Gott. Nein. Ach. Ach, AJ. Habli-Babli. AJ, Wiggy hat ein bisschen zu viel von dem Zeug genommen. Er kauert auf dem Boden und murmelt etwas von einem einarmigen Posaunenspieler und von Kühen. Ich kann nur sagen, viel Glück, Alter. Ich bin sicher, alles wird super gut. Wir warten hier immer auf dich mit all deinen Waffen und dem ganzen Krempel. Jogi. Ach ja, wie immer, ne? Würde ich sagen. Anscheinend müssen wir durchs Wasser. Okay. Okay. Ich kann das jetzt schon mal erwähnt. Schwimmen noch was schneller, AJ. Das ist manchmal halt einfach hoch zu schwimmen. Ich glaube, ich habe langsam keine Luft mehr. Hey, AJ, jetzt komm. Nicht immer aufhören mit dem Scheiß. Okay. Ja, nehmen wir. Mehr können wir nicht aufnehmen. Ja, ich weiß, meine Beutetasche ist fast voll. Gar kein Problem für mich. Was müssen wir da unten? Liegt hier nur eine Skorpion? Und weiter jetzt. Okay, ist mal was anderes diesmal. Ist ja eigentlich ziemlich cool, wenn wir mal... Wir machen. Hä? Wo geht es denn hier lang? Ach, da unten. Ich mag schwimmen und wir ins Spiel nicht. Keine Ahnung. Hike schon bei Tomb Raider damals, der hast. Ja, AJ. Warte, warte, warte. Warte, junger Kerl. Warte. Warte. Wir haben es gleich. Oh, Mensch. Ja, warte, warte, warte. Ist ja, ist ja halt gleich vorbei. Ist ja halt gleich vorbei. Guck mal, hier ist schon draußen. Hier ist schon draußen. Hier ist es draußen. Hier ist es draußen. Hier ist es draußen. Verdammt. Nackt und vertrackt. Jogi und Ren haben... Oh mein Gott, nein, ey. Oh Gott. Alter, die Farben. Das ist... Oh Gott, ey. Wie ist denn das für einen Farbenblinden? Haben wir zufällig jemanden, der farbenblind ist? Unter unseren Abonnenten und er guckt das gerade. Ah ja. Dit wär ja mal höchst interessant. Alter, ist das hier geglaubt. Wir können ihm antworten geben. Ne, hier gibt's nichts. Ich dachte da... Und die Munition oder... Es fehlen Dinge, finde sie. Was denn das für eine Aufgabe? Alter Schwede. Zum Glück fahr ich nicht wie eine Besenkte hier durch. Das wär unser Todesurteil. Wer bin ich und was will ich im Leben? Schon wieder. Schon wieder diese Frage. Will ich ich noch nicht. Ich will einfach nur leben. Leben ist geil. Egal, was man macht. Ähm, hallo? Ich peck... Oh! Eine Rampe! Yeah! Uh! Oh! Was? Nein! 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 Die Ausdauer sind verschwunden. Finde sie. Oh Gott! Alter Schwede! Ich hab das gerade... Ha! Ich hab das gerade nur so im rechten Augenwinkel gesehen, weil ich links auf dem Bildschirm guckt habe. Holt euch nie einen zu großen Bildschirm. Ihr werdet nur verwirrt sein. Wart Werkzeug benötigt? Dit wat? Ehrlich? Dit wat? Wat? Also manchmal... Finde ich diese Aufgaben sehr komisch. Hin... Wat zu händen an es Zollbeamten. Ich glaube, unsere Abmachung bestand daraus, dass sie alle Artefakte sichern. Äh, die mit Kalinak in Verbindung stehen und irgendwann zum Jalendu-Tempel geschaffen wurden. Das haben sie nicht getan, wo ich das weiß, weil ich immer noch Kalinak-Artefakte in Jalendu finde. Ich kann daraus nur schließen, dass sie mich nicht verstanden haben und deshalb habe ich mir ihre Frau geholt. Damit sie quasi als Übersetzerin dient, um solch Missverständnis in Zukunft zu vermeiden. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Humor. Nass. Klasse. Puh, was war das denn jetzt? Das war jetzt schon wieder der komplette Unsinn. Aber so richtig. Na, egal. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und werden uns, äh... Oh, hier ist eine Karma-Aufgabe. Jetzt sind wir hier. Wie geil. Tja. Und werden uns dann mal nach hier oben durchschlagen, würde ich sagen. und gucken, was wir da machen. Ich bin immer noch etwas verwirrt von dem... von... von Pagan und überhaupt. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.